Führungskräfte von CNN Films forderten Meghan Markle auf, das Chowchilla Kidnapping Movie Center in Kalifornien zu verlassen, mit der Begründung, dass sie nicht dorthin gehörte. Meghan Markle wurde beschuldigt, während der Premiere eines Dokumentarfilms über die Chowchilla-Entführung im Jahr 1976 versucht zu haben, ins Rampenlicht zu rücken. Dabei handelte es sich um einen tragischen Vorfall, bei dem 26 Kinder und ihr Busfahrer entführt und lebendig in einem Steinbruch begraben wurden. Die ehemalige Schauspielerin, die jetzt mit ihrem Mann in Kalifornien lebt, hatte einen ungebetenen Auftritt bei der Vorführung von Chowchilla von CNN Films am Sonntag, dem 3. Dezember, im Monitocinema. Quellen enthüllten, dass Meghans Anwesenheit nicht nur für die Filmemacher unerwünscht war, sondern auch für die Überlebenden der Entführung, die glaubten, dass sie ihr traumatisches Erlebnis für ihre eigene Werbung ausnutzte. Kritiker argumentierten, Meghan habe keinen legitimen Grund für die Teilnahme und warfen ihr vor, ihr öffentliches Image wichtiger zu machen als das Leben der 26 an der Entführung beteiligten Personen. Ein Überlebender äußerte seinen Unmut und sagte, Meghan habe versucht, sich unter die Menge zu mischen und Fotos zu machen, sei aber auf kühle Reaktionen und missbilligende Sterne gestoßen. Die Überlebende betonte, dass Meghan nichts Ähnliches erlebt habe wie das, was sie erlebt hatten, und betrachtete sie als einen privilegierten Hollywoodstar, der in ein Königshaus eingeheiratet hatte. Die Situation eskalierte, als die ausführenden Produzenten der Dokumentation Meghan zur Rede stellten und sie aufforderten, zu gehen. Sie betonten, dass es bei der Veranstaltung um die Überlebenden und die Menschen gehe, die die Entführung abgehärtet und überwunden hätten, und nicht um sie. Berichten zufolge verließ Meghan das Kino in Begleitung ihres Sicherheitsteams und gab keine öffentlichen Kommentare ab. Ein Sprecher der Sussexes antwortete nicht auf Anfragen nach Kommentaren. Der Dokumentarfilm Schautschiller unter der Regie von Max befasst sich mit der beruhigenden Massenanführung, die sich am 15. Juli 1976 in Schautschiller, Kalifornien, ereignete. Drei bewaffnete Männer entführten einen Schulbus mit 26 Kindern und ihrem Fahrer Frank Edward Trey und brachten sie zu einem abgelegenen Steinbruch in Livermore. Dort legten sie sie in einen vergrabenen Umzugswagen, der mit begrenzten Vorräten ausgestattet war. Die Entführer hatten geplant, ein Lösegeld in Höhe von 5 Millionen US-Dollar zu fordern, doch ihre Anrufe blieben unbeantwortet. Nach etwa 16 Stunden unter der Erde gelang es Ray und den Kindern, sich auszugraben und zu entkommen, wobei sie alle überlebten. Anschließend wurden die Entführer festgenommen und zur lebenslange Haft verurteilt. Der Dokumentarfilm enthält Interviews mit Überlebenden, die von ihren erschütternden Erinnerungen und den bleibenden Auswirkungen des Ordens auf ihr Leben erzählen. Außerdem werden die Beweggründe und Hintergründe der Entführer untersucht, die aus wohlhabenden Familien stammten. Während der Film von der Kritik gelobt und mehrfach für einen Preis nominiert wurde, wurde Meghan Markle wegen ihres vermeintlichen Mangels an Empathie und Sensibilität gegenüber den Opfern der Schautschiller-Entführung kritisiert. Viele beschuldigten sie, den Dokumentarfilm als Plattform zur Förderung ihrer persönlichen Absichten und ihres Images zu nutzen und dabei die echten Gefühle und Sorgen derjenigen, die den Orden miterlebten, außer Acht zu lassen. Darüber hinaus stellten einige ihre Entscheidung in Frage, bei einer Veranstaltung, die nichts mit dem Militär oder dem Vereinigten Königreich zu tun hatte, eine rote Mondnadel zu tragen, ein Symbol der Erinnerung an gefallene Soldaten des britischen Commonwealth. Und dann sehen wir es. Und dann sehen wir es.